Steinfüll der Ruge ist das hier wir fahren in Richtung Bad Moldes-Lohen Steinfüll ist natürlich auch da rechts rein das wollen wir nicht überlegen wir wollen uns auch noch mal gerade alles noch mal angucken also Steinfüll und jetzt kommt gleich ein Kneten mit dem B mit dem B so das wärste da mit dem B mit dem B und dem B mit 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 dem B